Bhagavad Gita, Vers 2.54 Arjuna sagte, O Keshava, welche Merkmale weist ein Mensch auf, dessen Bewusstsein in die Transzendenz eingegangen ist? Wie und worüber spricht er? Wie sitzt er? Und wie geht er? Erklärung Wie jeder einzelne Mensch ganz besondere, ihn kennzeichnende Züge aufweist, so hat auch ein Gottgeweihter sein besonderes Wesen. Er spricht, geht, denkt, fühlt und so weiter auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ein reicher Mann zeigt bestimmte Merkmale, die ihn als reichen ausweisen. Ein Kranker hat gewisse Symptome, die ihn als krank kennzeichnen. Und auch ein Gelehrter hat seine Besonderheiten. In ähnlicher Weise hat auch ein Gottgeweihter im Krishna-Bewusstsein ganz besondere Kennzeichen, die in seinen verschiedenen Verhaltensweisen deutlich werden. Diese bestimmten Merkmale kann man aus der Bhagavad Gita erfahren. Es ist sehr wichtig, wie ein Gottgeweihter spricht, denn Reden ist die wichtigste Eigenschaften des Menschen. Man sagt, dass ein Esel unentdeckt bleibt, solange er nicht redet. Und erst recht ein gut gekleideter Esel wird nicht erkannt, bevor er spricht. Doch sobald er den Mund öffnet, offenbart er seine wirkliche Natur. Bei einem Krishna-bewussten Menschen tritt augenblicklich ein besonderes Kennzeichen auf. Er spricht nur über Krishna und über Inhalte, die mit Krishna verbunden sind. Andere Kennzeichen entwickeln sich automatisch, wie in den folgenden Versen beschrieben wird. Er spricht nur über www.inhalte.de